Ja, und weiter geht es jetzt, so weit wie ich weiss, mit unserem Fazit, und das würde eigentlich Gäste bei mir erwarten, aber bevor das so weit ist, kommt noch ein letzter Einspieler, und dann sind sie da, Jonathan Gimmel und Reto Nause, und dann schauen wir so etwas, was der Tag erbrachte. Bis zum nächsten Mal. Ja, meine Damen und Herren, zum letzten Mal herzlich willkommen zurück hier im Festsaal vom Erlacherhof. Wir sind am Ende des Tages, am Ende des ersten Digitaltags hier in Bern, morgen geht es dann weiter, ebenfalls mit einem vollpackten Programm, aber vorher, vorher wollen wir ein bisschen Fazit ziehen, zwar einerseits mit Jonathan Gimmel, dem Leiter Digitalstadt Bern, andererseits haben wir zum Abschluss noch den Berner Sicherheitsdirektor hier, den Gemeinderat Reto Nause, wo ich beide ganz herzlich hier bei mir im Studio noch begrüssen, guten Abend miteinander. Guten Abend. Bevor wir schauen, Jonathan, was der Tag so etwas gebracht hat und was man so etwas draussen ziehen kann, möchte ich mich zuerst zum Reto Nause drehen, wo jetzt kurz vor Schluss hier bei uns noch reinschaut, als Gemeinderat und Sicherheitsdirektor, ist natürlich Digitalisierung und alles, was wir heute haben mitbekommen, die ganze Vernetzung und die Idee dahinter sind grosses Thema, das euch interessiert, beruflicherweise, weil nämlich dir auch darauf angewiesen seid, dass wir irgendwo zusammenarbeiten. Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel die Corona-Krise anschauen muss ich sagen, ohne Digitalisierung hätten wir die Krise gar nicht bewältigen können. Ich kann ja wenig positives Corona abgewinnen, aber wenn denn das und man muss sich vorstellen, wir hatten ja Teams in der Stadtverwaltung in vitalen Dienstleistungen, die Teams müssen wir zum Teil aufteilen, das heisst, die eine Hälfte ist vor Ort im Büro, die andere Hälfte ist zu Hause, hätten wir nicht Homeoffice innerhalb von No-Time eigentlich möglich gemacht, wäre das so gar nicht gegangen und wir wären in dieser Krisensituation mit auch noch viel mehr Ansteckungen konfrontiert gewesen und hätten vitale Dienstleistungen vermutlich nicht mehr oder nicht mehr in dieser Form erbringen können und ich glaube schon, dass es die Digitalisierung war, die uns in dieser ersten Welle mal geholfen hat, dass wir alle wichtigen Dienstleistungen sauber durchziehen konnten. Wir kommen dann dazu, was man vielleicht noch daran machen muss, vielleicht auch über die Stadt heraussehen, was du dir wünschst, aber Jonathan Gimmel, da ist ein Ruck durch die Stadt durchgegangen, in dem Fall, wo man vieles gemacht hat, was eigentlich Vordra nicht möglich war. Ja, aber ich glaube auch einer, der viel Vertrauen in die Veränderung gegeben hat, weil der Redo hat es gesagt, der Moment war sehr kurzer, man hatte keine Strategie und Konzepte, sondern man ist aus dem, was ich sie antrieb, aus der Verbundenheit für die Bevölkerung sofort in einen Modus für Bewältigung und das zeigt ja, die Transformationsgeschwindigkeit ist sehr hoch, wenn es nötig ist. Und man kann wieder daraus nehmen, wenn man will, und das ist eine Frage vom Mindset, also das, was unser Gedanke drin ist, wenn man will, dann können wir irgendwie alles verändern. Ich finde, das ist genau das Thema Transformation. Wir haben es heute gehört, grosse, komplexe Themen, eigentlich muss man fast alle mitarbeiten, auf allen Ebenen. Da schreit dann an, dass wir von Anfang an scheitern müssen, also wir müssen die Komplexität reduzieren, wie wir es erlebt haben in der Nachbarschaftshilfe in der Corona-Zeit, wie wir es erlebt haben, wie wir es erlebt haben, dass alte Menschen auf einmal die Winden können, problemlos, ohne dass der Staat irgendwelche Regeln lässt. Und das zeigt, die Energie ist da, wir sind sehr privilegierte Ausgangslage in Berliner Region, im Kanton, und das jetzt endlich voranzutreiben für die nachhaltige Entwicklung für unsere Bevölkerung. Ich glaube, das war der Tatbeweis, und ich spüre auch wahnsinnig Aufbruch, also auch ihr Behörden, vom Gemeinrat aus, aber jetzt auch eben auch in der Bevölkerung, oder heute am Tag, wo wir ja auch über 2'500 Begleiterinnen und Begleitereiten den ganzen Tag durch haben. Die Energie ist da eine gute Erfahrung, wo wir jetzt weiter sein wollen. Also ich glaube, hätten wir ein Projekt aufgesetzt, vor einem Jahr oder so, wo man gesagt hätte, ja, Homeoffice möglich machen, etc., wir wären auch heute noch ein Reglement schreiben, anpassen und schauen, wie es dann gehen könnte und vor allem, was dann allenfalls auch nicht geht. Und diese Situation hat uns jetzt einfach in das kalte Wasser katapultiert und es hat müssen gehen, und es hat in No-Time müssen gehen, und plötzlich ist schon das ganze Silo-Denken, das man vielleicht aus der Vergangenheit heraus erkennt, also jede Direktion ein bisschen für sich. Das Silo-Denken ist meines Erachtens auch aufgebrochen worden, es ist auch das Strikte immer über die Linien gehen, aufgebrochen worden, also man war konfrontiert mit Problemen, die man eins zu eins lösen musste und dann hat man quasi informiert, die übergeordnete Ebene, wir sind dran, wir machen und wir gehen. Und das hat niemand gebremst und so, denke ich schon, hat das ganze einen Schub erlebt. Und gleichzeitig, wenn ich von Silo-Denken spreche, ist auch sicher der Aspekt, plötzlich hat da irgendwo die Stadt, der Kanton, umliegende Gemeinden, der Bund, irgendwo sind alle im gleichen Boot gehockt und haben unkompliziert Probleme bewältigen und das hat man versucht zu machen. Gibt es da gar keine Reglemente, die eben im Weg sind gestanden zur Umsetzung? Ja gut, wenn man das im Nachhinein auch analysiert würde, dann käme man darauf, dass man die einen oder anderen vielleicht Fehler in der Umsetzung durchaus gemacht hat. Aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass der Tatbeweis erbracht worden ist. Der entscheidende Punkt ist auch, dass man... Ein einfaches Beispiel, Videokonferenzen, da könnte man jetzt evaluieren, welches Equipment wir brauchen, welche Kamera brauchen wir, welche Tontechnik ist relevant. Aber irgendwann musste man einfach Zoom-Meetings aufschalten und sich reinklicken und es ist gegangen und es hat funktioniert und es hat Vertrauen gestiftet. Das ist so. Stellen Sie sich vor, wir hätten in einem regionalen Führungsorgan physisch 25 Leute rund um den Tisch und es ist in dieser Krise permanent Tage, einer steckt sich an, wir wären am Anschlag gelaufen. Und das zeigt für mich schon, dass es Perspektive und Chancen sind, die wir nutzen können. Und sind die Sachen, die sich etwas etabliert haben und schon fast zur Normalität sind worden? Ich will einfach keinen Aspekt aufnehmen, auch von der Information. Das hat sich ja radikal verändert, weil wir in einer Situation, in der wir nicht nur noch Wahrheiten erzählen können. Die Krise hat gesagt, wir müssen so eine Annäherung aushalten, also wir müssen sagen, was wir wissen und das als Information weitergeben und sofort an alle. Und wir können jetzt schnell hierher schauen, wir machen Digitaltage, das wäre eigentlich ein Format gewesen, wir wollen sieben mit zehn Workshops, jetzt haben wir eingeladen, kommen zu uns, wir wollen über die Themen reden, die uns bewegen heute. Und es sind 45 Partnerinnen und Partner und haben gesagt, wir wollen diesen Dialog mitgestalten. Da sehen wir ja, wie zum Beispiel die Information völlig verändert hat und sehr positiv, dauerhaft. auch in einer Art, dass das vielleicht Behörden auch nicht immer nur Wahrheiten erzählen müssen, sondern zum Dialogen einladen können und auch gemeinsam an diesen Themen annehmen können. Also ich muss sagen, es ist natürlich letztlich eine Verantwortung von uns, der diese Rung und Schaft hier weiterzuziehen, weil es da wieder eine kleine Pendelgeschichte ist, oder wir haben jetzt Sachen zu schätzen lernen, wir haben einen gewissen Hang, vielleicht auch wieder zurückzuwenden, die Bürokratie wieder zu huldigen. Und wir reden dann auch so wie mir das Grosses Anliegen, eben diesen Spinn, positiv Spinn mitzunehmen, in einer anderen Art von Zusammenarbeit, über die Zivilagrenze hinweg und das heisst ja für uns immer, vor allem, gemeinseübergreifend und zum Kanton Bern. Was ganz wichtig ist in eurer Rolle als Sicherheitsdirektor, wünscht ihr daran, dass da manchmal noch mehr würde gehen, vor der Zusammenarbeit her, vor der Kommunikation her, von diesem Ausschöpfen, vielleicht auch von digitalen Mitteln und etwas vorwärts machen, über die Stadtgrenze hinaus? Also eigentlich sind wir jetzt in dieser Krisensituation immer ein bisschen am Anschlag gelaufen, dass wir, was der Bundesrat beschlossen hat, in den Medienkonferenzen am Fernsehen haben müssen eins zu eins schauen und wir hätten heute eben Technologien, dass wir hier frühzeitig in den Loop hineinkommen wären, dass wir hier frühzeitig den Austausch gepflegt hätten, dass man frühzeitig die Kommunikation irgendwo hätte abstimmen müssen. Da erhoffe ich mir natürlich in der Zukunft schon, dass wir einen Schritt vorwärts kommen. Da erhoffe ich mir eigentlich auch das Bekenntnis von allen Staatsebenen, dass man die neuen Möglichkeiten der Technik auch nutzen will, auch umsetzen will. Und ich bin aber auch ganz überzeugt davon, dass man das Rädchen der Zeit gar nicht mehr und wird zurückdrehen können in gewissen Aspekten. Jetzt ist man zum Beispiel dran, Ausbildungsplattformen aufzubauen. Man kann ja die Weiterbildung, Ausbildung ist ja physisch im Moment irgendwo nur noch eingeschränkt oder gar nicht möglich. Jetzt hat man entdeckt, man kann ja eigentlich sagen, oder man kann die Leute befragen, was wünscht ihr euch für Ausbildung, was wünscht ihr euch für Modul. Man kann dann irgendwo abholen, was ist in welcher Direktion wie vorhanden und dann hängt man es zusammen. Und das sind Selbstläufer nach meiner Einschätzung. Und da braucht es auch nicht unbedingt zwingend die grossen Konzepte und Führungsentscheide, sondern dort braucht es einfach irgendwie die politische Führung, die sagt «go for it» durchziehen. Ja und Ann Gimmel, die Zeit nehmt sich schon langsam am Ende zu. Wir wollen gleich ein Schätzung schauen, was ist an diesem Tag gelaufen, was zieht ihr für euch daraus heraus? Was waren so eure Highlights? Also, nach so vielen Stunden, wir sind zwölf Stunden fast unterwegs, kann man sicher sagen, dass die Verbundenheit der Zivilgesellschaft in den ganzen Fragen der digitalen Transformation sehr gross ist. Wir haben hier ganz breit, genau so wie es eben soll sein, die Bevölkerungsvertretungen, wir haben hier die Behörden, jetzt gerade wieder mit dem Reden und alles, wir haben aber auch die Wirtschaft hier angekommen und alle die von der sozialen Fragenstelle der Umwelt. Und das Bekenntnis von allen, dass man jetzt eigentlich alles hat, wie du auch sagst, es ist wie alles bereit, jetzt braucht es aber auch die Entscheidung, um vorwärts zu gehen, das nehme ich mit. Also wirklich auch das Bekenntnis, wir haben ja darüber gesprochen heute, es ist nicht eine Frage von Gemeinsgrenzen oder von Kantonsgrenzen, es ist eine Frage von Lebensräumen, das nehme ich zum Beispiel gerne mit. Also auch im Denken darum, wir haben darüber geredet, über ganz essentielle Themen wie Fake News, wo wir den neuen amerikanischen Präsidenten gewählt werden. Also was ist eine hoheitliche Aufgabe der Behörden? Es ist doch die Möglichkeit, sich selber überprüfen zu lassen. Also das muss für uns mein Anspruch sein, dass man unsere Daten für öffentlich von Staat aus, dass man jeder kann schauen, was wir da machen. Das war so ein Element, wie auch die ganzen Sicherheitsfragen, also wie gehen wir um mit Datensicherheit. Auch so, dass wir uns nicht selber bremsen, also der Datenschutz soll Vertrauen schaffen, dass jeder Mensch Gelegenheit geben soll, was geht mit meinen Daten, ganz autonom, aber dass wir auch im Vertrauen mit der Bevölkerung eben die Daten nutzen können, für beispielsweise eine gescheitere Stadt zu machen, wo man die Verkehrsströme durchzieht, wo die Bevölkerung auch will. Also es gibt eine Art Füllhornerkennung, aber im Kern geht es um zusammenarbeiten, und die Verantwortung übernehmen, namentlich auf Behördebene. Und nicht nur mit Postulaten operieren, was man alles sollte, sondern das tun. An diesem messen wir den Erfolg. Ich glaube, die Richtungen haben wir heute gehört. Wir haben Nachhaltung, Entwicklung, Inklusion und all diese schönen Themen. Und ich freue mich natürlich, dass der Gemeinrat von Bern sich mit diesen Themen befasst hat. Ich bin ja letztlich als Leiter Digitalstadt Bern ganz eng und sehr interessiert, was der Gemeinrat will, und es ist klar, der Gemeinrat will Zeichen setzen, vorwärts gehen. Und er will vor allem, dass wir nicht alles hier in Bern neuer finden, sondern dass wir das Beste übernehmen, aber so oft so machen, das sage ich auch übernehmen. Das sind doch die besten Zeichen in dieser Gesellschaft drin, dass wir eben clever vorwärts gehen. Merci vielmals, du hättest dann auch so machen, 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 vorwärts machen. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre hier? Ich glaube, der Jonathan hat ein hervorragendes Schlusswort und Bledoi war ja schon fast kalt. Und wenn man es irgendwo noch ergänzen möchte, dann denke ich, den Schwung, den wir gewonnen haben in den letzten fünf Monaten, lassen wir es mitnehmen, lassen wir es tatsächlich gemeinsam, auch mit dem Kanton, den Schwung noch beschleunigen. Und dann gibt es noch so ganz zwei, drei Geschichten, wo ich finde, eine elektronische Idee auf eidgenössischer Ebene, das wäre dann sehr wahrscheinlich wirklich der Boost. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wir das noch nicht hergebracht haben, weil wenn solche Geschichten mal kommen, dann wird es dann definitiv zum Selbstläufer. Da hoffen wir, dass dieser Boost kommt, und zwar mit fauler Wucht. Meine beiden Herren, ich danke euch, dass ihr noch hierher seid. Ja, Antoine Gimmel, merci vielmals, wir sind gespannt auf den Morgentag. Also, merci, dass ihr hier am Schluss auch hierher kam. Ja, meine Damen und Herren, das wäre es sie. Der Rest Digitaltag hier in Bern ist durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind seit heute Morgen am 7.00 Uhr, oder halb bis 7.00 Uhr sogar, auf Sendung gewesen. Und wir werden morgen genau das gleiche Vortragsprogramm haben. Schaltet wieder ein, ich würde mich sehr freuen. Merci vielmals, wünsch noch einen schönen Abend, adieu miteinander. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.